hallo herzlich willkommen zum supermann 64 ein schlaft und trug der 2d kamera mehr 2d level ist erst mal heute brauchen wir tot 64 und den kleinen krank zu erledigen und zwar aber jetzt ist mal ein wunderschönes Leben erstellt ein sehr sehr langes und wunderschönes brillante texturenwahl also das würde da wird man sofort zehn von zehn punkten drauf bekommen ja es ist wunderschön wir haben es ins tolle secret aquarium report hier ja so was ich jetzt letzt mal sogar vergessen habe wenn wir heute nachholen oh gott ist einmal wenn man extra da kommt es nächste mal aber was ja kommt es nächste mal das können alles zur 2d kamera ok ach ja wenn man seinen erstellen das habe ich jetzt mal ganz vergessen zu sagen es sollte so sein dass Prozent wenn das Leben hier so wurde von der Seite nach der Seite geht von rechts links geht dass die blaue Achse umgehen die um rote nach vorn und die grüne nach rechts naja von links nach rechts level soll von links nach rechts gehen ich von rechts nach links ich bin ganz verwirrt so der war Mario start dann setzen wir hier möglichst mittig weil später für die 2d kamera ist es am allerwichtigsten wir können hier unten bei tot64 das ganze etwas schneller und langsamer machen im falle eines falles dass wir das ganze langsam setzen wollen auch die kamera lässt sich langsamer drehen möglichst mittig das wäre empfehlenswert muss ja gut ausschauen das ist so und dann das machen wir mit drei Waps mach mal machen wir machen mal ein paar machen wir Münze Gegner und dass wir überhaupt was drin haben hier wir brauchen einmal kein Format grünen lustig was nicht lustig wir gehen noch mal kurz zu unserer startobjekte dass man mittig sitzt das ist gut jetzt müssen wir schauen dass sie eben genau die Y-Z-Achse beziehungsweise Z-Achse treffen wir brauchen die X-Achse, hier die X-Achse die X-Achse, wir klicken hier auf diesen X oder A klicken hier auf Copy Param am besten noch ein zweites mal, sonst geht es nicht und setzen die anderen Sachen hier schon schön mittig gehen auf Paste Param und setzen es mittig jetzt haben wir alles in der Mitte, nur ist es nicht unbedingt hoch und unten das andere ist hier irgendwo drin verschwunden wir brauchen wir brauchen eh, der ist da oh so jetzt möchten wir gerne eine Münze, das wissen wir wie man machen das ist eigentlich kein Problem und da die Münzen so gehen, müssen wir hier die um 90 Grad drehen beziehungsweise vergesst, sie müssen wir gar nicht drehen die gehen schon richtig so von oben nach unten und was ich mal probiert habe ist hier an auf right also right right also rechts halt ne und dann die ganzen Objekte hier hoch und runter gesetzt und hier so mit dem Steuerkreuz so 2D mäßig ne gesetzt und ja top to ground geht natürlich auch so da wollen wir in Gumba haben ja Gumba ähm sind die sich Gumba Gumba ich würde hier nicht, niemals Gumba free äh Gumba also drei Gumbas auf einmal setzen, weil das dann würden die Gumbas äh nicht unbedingt mittig sein, gut der ist auch nicht mittig aber so wo war ich jetzt? genau, also das brauchen wir nicht, wir brauchen generell das da Gumba, doch wir brauchen jetzt das ähm und zwar, was machen wir noch, machen wir nochmal Münze oder noch besser, wir machen Flyguy die sind, die sind da fliegen Dinger wir machen den ohne Feuer, weil das wieder fies wir wissen, wir wissen ja, Fies ist nicht unser Ding, haha, ne passt schon und das letzte Objekt, das lass ich mal, nein das machen wir zum Stern 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 am Ende des Levels ganz am Ende des Levels so, und speichern natürlich wieder und schon haben wir ein tolles 2D Level das sollte auch funktionieren nach maßlichen Dingen, ich hab grad Angst, wenn ich jetzt die ROM starte dass der Computer abstürzt deshalb mach ich das lieber mit dem Projekt 65 das ist mir fast Liebe auch wenn wir da machen, dann nicht stehen, aber gut bin ich eigentlich grade egal das ist so ein Schrott hier so, so, dann ähm ähm, gut natürlich natürlich ich bin da irgendein safe bidding ausgewählt ja, jetzt habe ich eine wunderschicke, schicke, ein wunderschicke, ein wunderschönes Level 2D ist es auch noch hey du nörst wir können nicht runterfallen, das habe ich vergessen zu aktivieren muss ja eigentlich auch nicht sein so, und das war's dann schon mit unserem Level ja, ich fand es war's sehr nett hat uns gefallen, ne ja bis zum nächsten Mal ciao, ciao ciao ciao